das hast du so spät gesagt egal hallo und willkommen zurück zur terraria willkommen zurück und viel spaß mit anderen dingen hast du es wieder zu gucken warum ist ja so wie der mensch machen ich habe das 50 einhorn gekillt und so selten ja irgendwann habe ich schon genug so du bist hier vergessen meine buffs zu nehmen aber auch nur weil ich 50 mal sterbe ja ich will den bach ja nehmen leute sterbte gefälligst ich habe auch nicht so wirklich guten platz wir haben zwar ein haus aber das ist zu weit links und das andere ist nicht wirklich ein haus nicht das andere es gibt kein anderes ja dieses ding ist kein haus muss ich sagen ja das für mich fehlt das ja auch nicht als haus nur damit es hat ein dach und wände ich drücke jetzt trotzdem mal kurz das bett an hast du das nicht schon gemacht ja das passiert wenn man teleportet ja hoch ja 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 und ja ist mein portal jetzt kommt auf arm wo steht es denn das heißt aber nichts ich stehe mich mal kurz mit dem schein ist ich muss mich heilen das ist natürlich auch eine idee so lange ich mich jetzt nicht von der schildkröte treffen lassen du bist kein bowlingball und ich bin auch kein bowlingstatue im dings du wumst bowlingstatue was es ist eine bowlingkugel ja er ist die kugel und was bin ich dennis ein pin das ist kein kegel ja aber ich wusste nicht dass es pin hat aber ich bin nicht mehr dran gedacht ich bin nicht eingefallen wie sieht es denn aus kein menschen eingreifen nein übrigens regnet es hier oder oder aua ich wollte keine welche bescheuerte tasten kombination tauscht items aus der ersten reihe einzeln es gibt eine auto torch aber die platziert in seine fackel das ist glaube ich die letzten wochen ist mir das nie passiert aber heute schon das dritte mal was item tauber ist wenn du schiffst machst da hast du eine fackel in der hand das auf jeden fall dass ich hier im slot 1 habe getauscht wird doch das item das im slot darunter ist hast du caps lockt gedrückt aber dann wäre es für die ganze leiste eigentlich ja keine ahnung was du für eine scheiße eingestellt hast ich habe nur caps lockt dass die einzige tasse mit der ich weiß dass sie item switcht was machst du da sterben anscheinend was kann ich dafür wenn er nicht stirbt kann er durch die wand nicht angreifen deswegen braucht man ja hier kein haus er stirbt selbst wenn er mich angreift auch so hast du nicht getan ach nee wer braucht das schon letztes mal habe ich nicht mal den knopf gedrückt um ehrlich zu sein äh was hast du vergessen oder was so dann gibt es noch eine sache die ich jetzt brauche und zwar die perwitching table und die scharfe installation also zwei sachen ich muss meine pfeile wechseln sicherstellen lässt sich genug paulia was da ab so binde weit ach ja das ist was das ist was die sind soweit da hatte ich sammling poten trinke ich schon mal dass man nun dritten und sich nicht schneller als 50 zu fahren oder 30 ok seitenwechsel die hand ist tot ich weiß nicht ob du triffst ich sehen selbst nicht mehr nicht sicher ist richtig ich glaube nicht dass das ist was ich gerade richtig scheiße finde ist ich auch gar keine haltreinke mehr im winter weil ich die alle gefressen habe kannst du ja welche holen der bleibt ja bei mir ach so ok wieder auf dem weg nach oben ich fahre in deine richtung wir sind über dem jungle ja du wirst einholen ganz eindeutig die augen sind bei mir ok ach sind bei dir auch welche wie sieht der was aus hä ja ach so nein ich dachte er ist zu dir geteleportiert oder so hä nein du sollst meine frage beantworten wie sieht wer aus ja der boss ziemlich tot aus wie der mond und nicht die afro beschreiben die ich wollte ok die rechte hand ist fast hin jetzt ist sie hin ja jetzt kommt der kopf nein er will sich heilen ja dann fahr mal weg hä ok ich stehe doch vor mir ich glaube wir werden jetzt gleich oh hä ich will hier nicht stehen bleiben dann solltest du es auch nicht tun dann solltest du es auch nicht tun oh bist du oh er will sich an mich heilen dieser zimmierte telepathie ich seh dich gar nicht schießen ja ich seh ihn ja auch gar nicht äh er kommt klar in einer zimmig armen befindlichen na gut oh er macht jetzt seine heilinger ja ich kann mich leider nicht heilen aber was ist das könnte der mal wieder vorbeischauen jetzt oh das tat er nicht au ein bisschen wird na jetzt machen wir wieder heilinger ich kann irgendwie nicht scrollen wenn ich gedrückt halte und mit meiner waffe schieße obwohl ich kurz loslass was soll die scheiße du kannst ihn nicht ausweichen wenn du mich nicht rüber scrollen lässt wenn du dich heilst während er mich verfolgt und dann teleportierst du dich zu mir oder so keine ahnung besser als wenn du WTF ein paar sekunden nachdem ich schieße will er mich nicht scrollen lassen vielleicht hab ich zwei drücker kannst du nicht ahnen oh warte mal der heilt sich hoch was ist das für ein you are unable to absorb healing geblickt was moonbyte man kann sich nicht heilen wenn er das macht das ist mir nicht aufgefallen schön dass ich wieder vom laser getroffen wurde weil du mir nicht vorgewarnt hast und er aus meiner Sicht weiter raus war aber wenn du weit genug weg bist trifft er dich nicht der ist nicht unendlich ja toll aber jetzt kommt ein laser da kommt ein laser ich habe mich weiter weg tp das hat nicht funktioniert war nicht weit genug ja war nicht weit genug siehst du wie wir kämpfen manche jetzt natürlich nicht warum geht denn der laser auch so ewig weit könnte das spiel mir nicht bei solch großen bossen einfach nochmal doppelt so großes view geben oder so ich glaube es sind so zwei bildschirme weil es mehr dürfte nicht sein was soll die scheiße du hast meine frage du hast einfach vollkommen bescheut geantwortet weißt du wie ich das hasse noch 30.000 ja schön nino drehe mich komplett äh lol ist dem laser da auch oh ich werde bald die buffs resetten müssen sowieso ausschaut ich habe gar keine mehr ich habe lifehors nicht mal und ich habe nur einen dabei gehabt äh was solls jetzt habe ich meine dingens buffs nicht weil ich sie nicht hingestellt habe ja ich bin schon auf dem weg ich kann nicht schneller fahren ja ich bin schon auf dem weg ich kann nicht schneller fahren jetzt los geht's irgendwie ist die lebensleiste nicht dort wo das auge ist aber egal ja jetzt ist es wieder zu leider jetzt will er sich wieder heilen gerade warum macht er das eigentlich so oft teleportiert er sich zu mir je öfter man ihn macht desto schwieriger bitte was glaubst du für eine scheiße ernst gemeint du scheiße nein ich glaube nicht dass er sein moveset verändert dadurch aber wir sind schon wieder im Meer noch 18.000 ja komm das schaffen wir jetzt noch bevor wir durch die Grenzen fahren teleportier dich nicht weg das bist du im Meer äh nein ich bleib wohl bei dir nein 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 fahr 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 du hast jetzt die Richtung gewechselt es dauert dann ewig ein bisschen weiter äh wo bist du denn jetzt auf einmal wieder hin denn direkt hinter dir es geht schneller so wenn du meinst weil du ja nicht Vollgas fährst Aua ja ich bin ja nur die ganze Zeit Vollgas gefahren aber gut äh ich fahr die ganze Zeit nicht nur mal mit 40 sonst teleportiert er ja nur noch nonstop dann kann man ihn auch nicht treffen ja ist mir egal ich will dass er mich nicht trifft äh ja fahr wenigstens ein bisschen langsamer also da würde ich ein ja ich bin wieder da ich kümmer mich drum ich hör nix ich hör nix du triffst nicht jetzt jetzt triffst du jetzt triffst du ja jetzt triffst du wunderbar Klassiker jetzt triffst du gut du triffst weiter weiter er hielt sich nicht so gut wie wir ihn töten sehr schön gleich ist er hin und war das jetzt schwer Precier bug Der Flirgel ist gar nicht sterben Schlarz prison ja jetzt hab ich auch noch den warte ne das ist nicht der den ich oh ich hab ihn grad verwechselt womit denn mit diesem coolen anderen womit denn aber das hier ist ja das ist der last person was willst du den verwechseln was ist denn noch ähnlich mit ihm der so ausschaut aber wie der last prison ach dieser ach so dieser stirbt der starb selber schaut aber glaube ich nicht aus wie der last prison denn da das ist eine fucking rott siehst du den unterschied und ich habe orians legs orians body und orians head und man sieht das nicht wegen dem ding ins warte ich mach mal weg das zeug bekommen hi ich bin orian 108 luminit wieso war viel für ein ich habe 110 beschwerde ich nicht es ist einigermaßen man kann damit leben denke es sind 27 barren ich kann nicht damit leben wie wir brauchen brauchst du eigentlich noch weiß ich nicht einfach alles was du brauchst ich bin schon fertig so ich muss die expert kiste die kiste wo jeder developer reinkommt im endeffekt sagt mir dann wie viele waren die wir bleiben weiß ich nicht ach misst das habe ich weg ist deckt das brauche ich nicht das brauche ich nicht das haben wir schon oder das ist übel ihr habt das aber das brauche ich nicht das ist alles solar vortex fragment vortex mononet vortex schweizer gewollt er gewollt ich habe einen dreh da immer in den nicht hier habe ich auch den kann ich jetzt loswerden die Vortex Jack-Ham-Saw ich glaube ich säg ein bisschen in meiner Hand wenn man mal guckt vom Sägenblatt her brauche ich jetzt noch ein Luminid für irgendwas wo ist die Taste um meine Rezepte zu öffnen da na vielleicht müsst ihr Pfeile bauen ich glaube aber nicht dass die so gut sind gegen die Events die wir noch machen aber lächerlich wenn die schlecht wären achso ja gut ok also übrig geblieben sind 16 obwohl ich was glaube ich kann noch einen mehr bauen wenn ich das Luminid-Erz von hier auch noch mitnehmen ja einen mehr 17 ich könnte mir jetzt etwas ganz spezielles bauen könntest du hast du dafür aber genug brauchst du die nicht mehr wofür denn hast du jetzt eigentlich Solar Wings das hier sind die Reste was Solar was ja Solar Wings nein ich habe etwas besseres das ist kein Wings das ist kein Wings ich möchte den ausprobieren ich geh mal kurz nach unten äh nicht im Haus nach unten gehen oh die Kürbisse sind gewachsen ja gut los geht's los geht's oh mein Gott ja der ganze Sand falls du jemals wieder irgendwo ein Loch brauchst du hast das du hast das Seil eingerissen merkste aber der Weinminer funktioniert gar nicht mit deinem Ding ja interessant obwohl warte kannst du kannst du eine Spitzhacke in die Hand nehmen während du das machst nein warte du kannst keine Werkzeuge in die Hand nehmen oder so aber das ist doch ein Pad hä ein Pad hindert das ja nicht warte er lässt mich nicht hast du sie ausgewählt oben in deinem Slot oder geht das echt nicht warte ich kann sie jetzt sag an hast du sie ausgewählt oben in deinem Slot ha ich mache gerade so und ja sie ist ganz oben wenn ich jetzt eher drücke siehst du es nicht mehr das mag sein aber sie muss du meine Aussage war dass du sie oben im Slot auswählen musst das musst du machen du musst sie nicht usen dann müsste der Weinminer auch funktionieren eigentlich musst du natürlich jetzt erstmal wieder Erz finden ich dachte mit Slot auswählen meinst du dass ich es in die obere Leiste tun sollte da wo du sie immer hast ja da muss sie auch sein du musst ja mit der Maus drauf sein ja das habe ich ja gerade gemacht siehst du das nicht das hier und weg ich drücke immer noch du hast sie ausgewählt oben in der Leiste ja ok dann probier ihr Erz abzubauen hier ist welches es müsste dann eigentlich Weinminen weil eigentlich nur das Tool in der Hand sein muss dafür ja man siehts kaum du hast einen Block abgebaut alle waren weg ja wenn ich aufhör zu drücken dann merkt man es mein Gott weil das Ding nur überprüft ob das Ding in deiner Hand ist deswegen können Explosionen auch Weinminen übrigens ist ein Travelling Merchant da oh Gott habe ich viele unnütze Blöcke Anna endlich was hat er denn wieso freust du dich oh ah ja geil ach ne das ist jetzt da unten wo ist der Rest eins zwei drei Architekt Gizmo Pack habe ich irgendwas falsch gemacht was warte vier Teile braucht man doch dafür ah der hier war es ich habe fünf Sachen hat mich irritiert äh legt das in meinem Vortex Booster ja das liegt in meinem Vortex Booster dass man das Ding nicht sieht wenn ich es auch noch was passieren wenn ich den nach oben schieb ja das ändert nichts ok was ich alles auf meinem Rücken trage übrigens so sieht mein Charakter aus wenn ich nichts an habe außer als es war es äh ja falls man es vergessen hat Achtung egal welche Taste ich drücke ich baue Sachen ab selbst mit Post 1 ich habe es getestet äh ach so weil es anfasst quasi ok ähm y ja tja jetzt sind wir fertig jetzt haben wir nichts mehr zu tun ja damit würde ich sagen weiter zum nächsten LP oder so was lauerste für eine scheiße wir haben nichts mehr zu tun bist du eigentlich bescheuert wow krass ok wir haben über 300 Kürbis hier unten ok gut zu wissen die Ehre gebührt dir was ich geb's dir damit du's craften kannst ich kann den Guide nicht finden weißt du aber nicht wie man's craftet oder was nicht auswendig Ectoplasm und ich gute Frage welche waren Halo wie viel soll ich wie viel soll ich davon craften 5 Stacks äh bau erstmal 5 Stück ich denke nicht dass wir mehr Versuche brauchen um den Pumpkin Moon zu schaffen beim Frostbund wär ich mir nicht so sicher warum? weil ich den für schwerer hatte 5 6 Mauer Potion trinken äh und eigentlich wollte ich noch Lava holen ist in Ahnung wie man sowas wie einmal craftet kenn mich nicht aus weißt du was wir kaufen uns jetzt einfach 2 Pumpen falls ich weiß grad nicht ob man die kaufen kann oder bauen muss ich glaub man muss die bauen aber schauen wir mal wo ist denn der Typ? ah da ah ja die muss man bauen ah ja die muss man bauen ok dann nehm ich mir mal mein Weyerstuff aus der Weyerstuff Kiste ah Weyer Great Designer oh warum drückst du sowas eigentlich immer so random? warum nicht? der Part war nicht mehr spannend so möchtest du echt ne Arena bauen? oder warum redest du von Lava? ich möchte zumindest Lava bauen ja ok dann brauchen wir ne Pumpe Intlet Pump Outlet Pump so dann äh brauchen wir ein großes Lava Loch na du wirst schon eins finden ähm wo ist meine Ponganda? ich habe eine Drill Containment Unit aber ich würde sagen das machen wir erst das nächste Mal wir werden nicht vergessen tschau tschüss also